Wieso klackert der Hit an? Ich bin versteckt. Oh ja. Ich empfehle, die Sicherheitszone aufzusuchen. Es ist noch ein weiter Weg. Du findest uns nie, Armin. Ja, ich komm, ich komm, ich spiel im Versteck hier. Ich schaue aber nicht auf Name oder so. Ja, ich schaue nicht auf Name, ich schwöre. Versuche ich so zu finden. Ich habe Hand vor Kopf, dass ich Name nicht sehe. Schau mal, der lauft unter uns. Ist der Gegner? Hä? Wenn ich jetzt Gegner werde. Also wenn ich jetzt auch Gegner werde. Der hat uns nicht gesehen, erst wo wir unten waren. Scheiß, das funktioniert halt echt.